Die Toilette war doch gerade so schief. Der TV-Mann. Der TV-Mann. Ok, da ist die Helle. Hm, was gehen wir ab? Was gehen wir ab? Gut, das ist das. Muss ich jetzt was auf die Augen setzen? Warum? Hm. Alter, ist das hell. Der Gast ist hell. Guck dir, ich will die Lipps haben. Was da aufhängt auf? Ach Gott. Er kommt nicht in die Blätter. Er kommt. Was ist das denn? Alter, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich will den Rund machen. Da war auch eine Blütscheintolette dabei. Wenn der Gruppe das nur aufhängt. An der Brüde täunge rum. Ok, ich will den Rund machen. Ich habe den Gefangenen. Mit denen er ist das nicht möglich? Neues Video. Neues Video. Was kommt denn an jetzt? Gut, der... ...kaputtgeballert. Und dann mach ich jetzt bereit. Bäm, klagen, bäm, noch mal klagen. Was macht denn? Was ist das denn? Oh, 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 oh. Mein Spielek. Habt ihr das rechtliche Heimann die Tablet aufgelt? Habt ihr das rechtliche Explosions geschehen? Ein ganzes Tablet zu haben, wie eine Granate oder Bombe? Oh, 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 oh. Halt! Halt! Ich dachte, der konnte das nicht. Was war... Ich dachte, der konnte das nicht. Mit der Kugel... Was ist das? Mit der Kugel hat er denn runtergeschoben? Oh, 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 oh. Was war das los? Wie kann sie das denn bitte schon merken? Was macht die Lachen? Was ist denn das? Was ist denn das? Der zieht die Lüchter? Da hat ein Gabriels. Oder er fliegt wieder weg? Oh, oh, oh. Halt! Oh, oh, oh! Aha! Hat der das auch? Aber schon voll teuer oder nicht? Der ist ja kein offiziellen Verkäufer, weißt du? Das heißt, der muss die dann für einen Euro... Also normalen Einkaufspreis... Wo werden wir das denn kaufen? Ja, keine Ahnung... Aber das ist nicht der normale, der hat normalerweise eine Rakete um den Schwein. Und sieht mich sogar nicht so sehr hoch. Aber der ist halt so. Aber hä? Wie schaut er das aus? Wie schaut er anders aus? Was ist das denn was für? Ja, direkt begegnen sich geschlagen und blau ist die Toilette. Ist doch geworfen? Unabgefügt. Was war das? Ich habe gerade ein Herzen fortgekriegt, weil die Toilette schon schnell ist. Wie sieht die denn aus? Ist das eine Roboter Toilette? Was ist das dem Hünding, der gebaut hat? Was ist das? 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 Okay. Die Kamera nehmen. Schubli, 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 schubli. Und was ist denn in Rot? Hä? Was? Was macht die? Wo war der? Yo, Alter, was war denn das? Ein Irwin-Schnuff-Miegerchen. Alter, was ist das denn für eine Toilette? Was hat die dich heute darauf gemacht? Das mit irgendeiner Toilette, Alter. Die hat alle Waffen. Also eine Schäde? Ach du Kacke, was kann die denn machen? Äh, guck dich an die Toilette achten. Wie sieht die aus? Was ist das denn? Ich bin auch die Lassen. Ich glaube, ich bin auch in der Zimmer. Okay, die muss gehen. Okay, dann kommt jetzt. Die hat den Lassen irgendwo in ein Labor gepasst. Okay, den können wir. Alter, alter. What the friggin, alter. Alter, was macht die da gerade? Jetzt meinte der Fenster. Die Toilette nervt immer. Oh. What the... Oh, 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 oh. Ist das ein Albtraum, oder was? Ah! Tap, tapp. What? What the... O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Wer ist denn da? H-h-h-h. H-h-h-h. Der Knösschen ist ja bald nicht finanziert. Alter, hat der. Ich muss wieder, ja. was ist das denn ach du scheiche alter was ist das denn so anstinken und ich Bisschen eigentlich die Fänen, die, die Schaumann aus, wenn die, wenn die, von den, was ist das denn? Von den Schubli-Toiletten einfach böschen würden. Bitte, ja. Das war jetzt missvoll, die Fänen, das war mir. Hier, wie kommt es da raus? Hä? Da kommt eine Schuhe. In Water. Mama, du kannst ruhig auf die Katze gehen, es kommen auch jetzt. Was ist das denn? Ey, Brille, lass gehen. Ich habe Angst, hat der drin. Ich glaube, den haben wir auch gesehen, nur ein Kleiner, der hat das Spiel, aber der andere Kleiner hatte, was ich weiß. Die Raketenwerfer-Toilette. Ja, keine Ahnung, das einzige, was halt wirklich stummt ist. Okay, gut, der macht wieder, ja, der macht das Ding mit. Ich glaub, ich muss mal, dass die Katze nicht dahin stehen sollen. Oh, ich glaube, das ist ja auch eine Schuhe. Bin ich rott? Ich bin auf die Kaut. Ich hoffe, das Video hat ausgefallen, wenn wir alles noch blau drin sind. Tschüss.